Schießt euch an! Schießt euch an! Schießt euch an! Schießt euch an! Liebe, liebe Polizei! Ihr seid nicht unser Freund! Ihr seid Teil der Bevölkerung! Wir bitten euch! Macht der Bevölkerung den Weg treu! Es ist unser Recht! Unser Grundrecht! Unser Verfassungsrecht! Unser Verdammungsfreiheit! Was sich sehr aktiv eingeschränkt wird in der Bundesregierung! Macht uns nicht zu gehilfen, dieser Verbrecher! Kommt zu uns! Kommt an unsere Seite! Und geht mit uns! Und wir setzen an riesen Zeiten für die Menschen in Österreich! Wir alle gemeinsam! Wie bitte? Was passiert? Das Problem ist, dass die Produktierung derzeit die Menschenrechte und Verfassungsrechte mit Füßen tritt. Und wir bitten die österreichische Polizei, sich nicht zu erfüllungsgehilfen dieses Systems zu machen! Ihr seid Teil der Bevölkerung! Schließt euch an! Und geht mit euch! Wir gehen als Helden in die Geschichte ein! Wenn ihr euch heute anschließt! Geht mit uns! Geht mit uns! Geht mit uns! Geht mit uns! Wir sehen euch nicht aus der Fall! Der Feind sitzt im Bundeskanzleramt! Wir sind ein Volk! 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 Du bist so heiser halt, du machst das Futter, du machst das Futter. Du machst das Futter.